Durchstrahle die A-Gebärde und spüre den Rückstrom aus dem Umkreis. Erzeuge ein H mit deinen Schultern, das dich einen Schritt nach hinten mitnimmt. Achte darauf, dass in dem abströmenden H die Erinnerung an das einströmende A noch immer spürbar ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020